Oh noooo oh noooo da war doch dieser besondere Edelstein verdammt so'n scheiß track aber auch Ach, ein Loost. Na gut, das kann so schnell passieren, also da hab ich jetzt nicht... 30 Sekunden. Na gut. Perfektes Timing. Mann! Das war kein gutes Timing. Hast du gesehen? Vier Ausrufezeichen. Hätte ich dir eingesetzt, hätte ich dir den Gegner... Wieso bin ich so langsam? Mann! Mann, super. Fuck! Oh, nein! Das, was ich mitgespielt hab. Da sind die... Crash, hättest du meine Güte zu springen? Ey, fick dich doch! Oh, fuck it. Oh, fuck! Ey, was ist das? Was ist das? Ich hab noch genügend Abstand gehabt. Oh, und das auch noch. Ey, Wind ist nicht grad angenehm. Ey! Meine... Ach... Nein! Ey, was ist... Fisch ist nochmal... Fisch ist nochmal. Ich hab mich... Fisch... Fuck! Toll! Ja, da! Wie soll ich da... Wie soll ich da... Wie soll ich da rüberkommen? Wie soll ich da bitte schon rüberkommen? Na ja... Ich muss mal hier... Heil ankommen. Das ist erstmal die... MAAA- Oh, fuck! Ja, toll! Oh, Mann! Was?! Ach so! Mist! Komisch! Und das mitten in der Luft? Ja, normalerweise wäre nach unten gefallen. Nein! Nein! Und da war's passiert. Oh, das muss so weit kommen. MAAA- Oder runterfallen. Ey, das ist doch... Ein Witz, ey! Mann! Ach, boah! Ja, fick den... Nein! Was ist das? Du... Nein! Was ist das? Wieso gehst du zu? MAAA- Mann! Da geht mein erstes Leben drauf. Ey, was ist das für ein Scheiß? Hallo? Oh, spring doch, du Lappen! Beinahe zur Verhängnis geworden, ey! Ey, fick dich! Ich war auf... Meine Fresse! Ey, was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, wenn ich mich... UAH! Spass die Schildkröte, ey! Ey, du Arsch! Dreh dich! Dreh dich! Mann! Ey, das ist doch nicht wahr! Ich hab doch genau auf den Punkt geprellt! Ey, fuck it! Und ich hasse diese elektrische Zäune! Wann ist das? Boah, ich hasse das! Oh, fuck! Ich dachte, ich kann den... Das ist so... Scheiße! Oh, fuck! Da war... Oh, ho, 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 ho! Oh, man! Oh, man! Das war... Jetzt kommt es oben an der Kiste nicht ran! Oh! Fuckin' Dab! Ist das dein Ernst? Ja! Was? Was? Was soll der Scheiß? Ach... Scheiße! Eine Kiste verfehlt! Mann! Warum verfehle ich da die Kiste? Toll! Ey, das ist doch lachhaft! Mann! Warum verfehle ich denn die Kiste? Boah! Ey, das ist nicht mehr lustig mehr! Mö! Na, wieder! Lack dich doch allen allerwertesten, verdammt noch mal! wieso kriege ich die eine kiste nicht? ich frage mich warum ich diese scheiß kiste nicht kriege ich frage mich immer wieder warum ich diese blöde kiste nicht kriegen kann ich dachte ich kann mit so einem super sprung rüber kommen was zum teufel alter ach sieh denn auf das mauch sogar ich flipp gleich aus wieso kriege ich diese scheiß kiste nicht? mann ihr wollt doch nicht für dumm verkaufen scheiß ausrufezeichen für ich flipp gleich aus ey das regt mich jetzt hoch auf ey wo ist denn da bin ich doch behindert ich hab vergessen zu springen ey das ist doch behindert ich hab gleich irgendwas wegge... tot da kann ich nicht rüber springen das weiß ich na so doch nicht nein natürlich nicht fuck you ach toll falle dannete steuerung ey ich dachte ich kann das noch erreichen ich dachte ich kann das noch erreichen fick dich das ist doch nicht wahr jetzt hat mich noch der strudel erwischt ist der crash genauso endet wie zera na super alter alter wie soll ich da vorbeikommen so n dreckenscheiß blöde schultertaste mensch speed 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 nein du spaß die pflanze ey aber das war knapp scheiße das war so knapp ach weiß ich hab gleich keinen bock mehr das küsst mich jetzt auf ja es läuft doch zu tode mensch Oder einfach nur daschen. Ich habe diesen Controller gleich durch die Gegend geschmissen. Ja, frisst mich auf, du Arsch. Ach so, da ist er die ganze Zeit unter Strom. Ah, okay. Ich spiele da auch noch die Schiller, du. Ah, fuck it, da habe ich wieder eine Kiste verfehlt. Das ist kacke. Ach, da war ein tuter Start. Was war das? Was mache ich denn da? Ah, lacht doch mal, du Arsch. Lacht doch, du blöder Bär. Ja, ey. Nein, ich werde mit dem Arsch. Jetzt bin ich gerüstet. Kleine Biene. Ach, du bist keine nette Biene, weißt du? Du bist wirklich nicht nett. Du bist doch ein... Oh, das doch mitten in der Luft. Ey, das... Äh, nein, jetzt kann ich nicht vorbei. Kann ich hiermit auch was machen? Wieso komme ich da nicht rüber? Hallo? Toll, guter Start. Oh, das ist doch gemein. Hättest du meine Güte zu sprengen? Nochmal, nochmal... Mann! Mensch! Oh, fuck it. Jetzt bin ich wieder gerüstet. Das ist doch... P Himmelschland. mit dem Kopf, das Begelektrum, das Begelektrum, das Begelektrum, Vielen Dank.